Milos, das ist die englische Abkürzung für minimal less open supply, eine besondere endoskopische Versorgungsform von Narbenhernien. Hierbei werden die Hernien rekonstruiert, das heißt die Bauchdecke wird wieder in seine ursprüngliche Ausgangsform zurückgebracht und mit Grundstoffnetzen versorgt. Der Vorteil dieser Technik ist, dass Patienten sehr frühzeitig wieder belasten können und auch im Krankenhaus sich nur sehr sehr kurze Zeit befinden.